Ah, ich seh den Typen da hinten oben stehen. Ja, mach mal langsam, lass dich mal nicht töten, bis ich auch irgendwo da bin. Alter, wo bin ich denn eigentlich? Ich glaub, ich bin in dem Kaff nebendran. Das kann's doch nicht sein, hier muss doch jetzt mal irgendwas sein, wo ich mich daran orientieren kann. Hier ist so ein scheiß Mast. Das ist doch nicht der Mast. Oh, die sind zu zweit? Ja, dann leben sie beide noch. Die sitzen da in so nem Graben an der Türke. Ja, da wo ich halt war, die lieben mich grad. Ja, 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 ja. Irgendwie kann ich leider nix ausrichten. Ich versuche eventuell noch was von dir abzustauben. Ja, die heilen mich danach. Heißt du, ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Da ist der eine. Mann. Soll ich meine Waffe droppen und einfach im Hinlaufen und Friendly 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 sagen? Nein. Ich hab meine Waffe gedroppt. Wieso denn? Ja, weil ich eh keine Munition dafür hab. Ja, und wieso willst du jetzt hinlaufen und dich ja schießen lassen? Nein, ich versuche jetzt einen von beiden mit der Faust zu erwischen. Ja, da musst du dich von hinten anschleichen. Ja, das mach ich ja grad. Also nicht von hinten, aber ich krieg's langsam hin. Das sehen sie nämlich nicht. Ja. Sie haben mich gar nicht gesehen, auch wo ich gestanden bin. Hä, fühlst du dich jetzt vor mir, oder? Keine Ahnung, ich hab gar keine Ahnung, wer ich bin. Es ist so nervig. Es regnet. Es ist voll dämpfig. Ich hab keinen Kompass. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin komplett auf der anderen Seite. Soll ich sie ablenken und unten rumlaufen? Der eine loote dich noch. Ja, dann laufe ich jetzt runter auf den ersten Step und loote da. Dann schieße ich dir hin. Ja, dann laufe ich jetzt unten rum. Wenn der andere mich sieht, sind sie auch nicht vexiert und du kannst vielleicht deinen Bibus durchschlagen, okay? Ja, warte, ich seh deine Leiche noch. Ich versuche so leicht, dass er erst kommt. Ja, wenn der Typ da noch ist, dann lässt du dich jetzt abknallen. Nein, 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 nein. Deine Leiche, Alter, die haben mich komplett ausgezogen. Ja, die haben halt alles mitgenommen. Ja. Der hat mir einen Headshot gegeben, da war wahrscheinlich alles noch gut. Alter, ganz ehrlich, wie offen die hier rumgelaufen sind. Ich hätte die so abknallen können, hätte ich jetzt eine Waffe gehabt. Oh, oh. Ich bin jetzt am ersten Schritt unten. Der eine ist in einem Bus still. Alter, hier schießt jemand. Mit der M4. Warte mal, der ist in einem Busch drin. Hier hat jemand mit der M4 geschossen. Naja, der eine Typ liegt da im Busch. Meinst du, nee, jetzt läuft er wieder. Ich glaube gerade mitten übers Airfield. Ich robbe jetzt zu deiner Leiche. Ich habe den anderen leider aus dem Orgel verloren. Ja, hier hat einer in meiner Richtung geschossen mit einer M4. Ich weiß nicht, was der andere für eine Waffe hatte. Ja, einer hat eine M4 und wahrscheinlich einer in der M4. Lol. Alter, hier liegt noch so viel Zeug. Ja, dann sammle mal einen und leck dich zur Not aus oder ich weiß es nicht. Hast du eine Waffe? Hunting Backpack? Nee, aber Scopes. Ja, nimm die ganzen Scopes mit, Alter. Ich bin im Gefängnis. Alter, der hat mich gesehen. Der ist gerade noch mal hergekommen. Ja, oder er hat mich gesehen. Nee, 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 der ist zu mir gelaufen. Der hat eine M4, nee, eine Mosin. Der hat zwei Mosins mit Long Range. Der hat mich nicht gesehen, Mann. Ich kann ihn unmächtig schlagen. Ja, vielleicht hat er mich gesehen, Alter. Soll ich hier rumlaufen? Soll ich rumlaufen unten? Friendly. 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 Dude, I'm friendly. Jetzt bist du tot. I'm friendly, dude. I'm friendly. Du meinst ja nicht wirklich, dass du dich jetzt überleben lässt. Drop was? Fuck. Yehe hee hee. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I'm friendly. I have nothing. He 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 he. I have nothing. He he, die er nicht trifft. Der hat beide, der hat beide, ja, mit Long Range. Ah, scheiße, jetzt hat er mich. I'm friendly, dude. I have nothing. Wieso hast du nicht gewartet, Alter? Wartet doch, bis ich hinlaufe. Ja, das sind verdammte Russen. I have nothing. Ja, weißt du, die cheaten wahrscheinlich sogar. Ja, Kopfschuss. Tot. Die cheaten. Wieso? Du meinst mich? Nein. Der Typ war so schlecht im Schießen, ich bin die ganze Zeit um ihn rumgerannt. Achso, ja gut, ich weiß, aber der hat mir vorhin halt direkt einen Header gegeben, Alter. Ah, behindert. Ja, warum wartest du denn nicht? Ich sag zu dir, ich bin unten jetzt am Airfield, lauf hier hin und her. Ich wollte weggehen und genau in dem Moment, wo ich weggegangen bin, hat er mich gesehen und dann konnte ich nichts mehr. Ja, du hättest noch nur liegen bleiben müssen. Ja, liegen bleiben, der war einen Meter von mir weg. Dann musste ich weg. Scheiß idiotische Russen. Ich hasse sie. So, dann jetzt wieder normal. Ich laufe jetzt ein bisschen ins Ladung und loote schnell. Du wirst ja eh gleich wieder hier in der Nähe spawnen wahrscheinlich. Alter, ich bin an der alten, neuen Stadt ganz hinten auf der anderen Seite der Küste, äh, der Bucht gespawnt. Du wirst mich verarschen, hey. Und ich bin männlich. Hast du endlich mal umgestellt? Nö. Ich hab's auf random gelassen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mich den Hanger looten lassen. Also, der eine Typ hat nur eine Pistole und der andere hat beide Mosiens mit Long Range. Die haben keine M4. Ja, der eine hat bestimmt die M4 auf dem Rücken gehabt. Nein, nein, nein. Ich hab's gesehen. Ich hab beide gesehen. Keiner hatte eine M4. Ich weiß, die müssen zu dritt gewesen sein oder so. Ja, ich hab noch eine M4, eine M4-Schuss gehört, ähm, auf meiner Seite. Ja, dann sind wir definitiv so schnell rüber gelaufen. Ich hab jetzt eigentlich schon wieder ganz lustige Sachen am Start. Ja. Ich glaube jetzt im zweiten Hangar, wird wahrscheinlich gleich sterben, aber... Ah, jetzt hab ich schon wieder gar keinen Bock auf das. Es kotzt mich schon wieder an. Oh, Alter. Kacke hell. Alter, jetzt dachte ich wär grad erschossen, aber da war was denn das Gewitter? Ah, nee, die haben die Bucht ja, äh, kleiner gemacht, voll gut. Das muss ich nur ein Stück außen rumlaufen. Ja, ich bin auch gleich, dass ich sie da hinten schon den Berg vom M4-Strip. Guck mal mal, was mir so drin kommt. Ich bleibe mich jetzt auf jeden Fall nicht ans Erstflipz gekommen. Nö, muss ja nicht, denn ist ja auch nichts. Ich bin schon voll gelootet hier. Gut, bis ziehen, nehm man mit. Hier steht einer drinnen. Aber. Du bist jetzt tot. Ne, du nicht. Ich hab mich nur angeschossen. Dieses Kill on Sight, ey, das kotzt mich so an. Wobei ich selber auch machen würde. Oh man, Kill on Sight. What the fuck. Hat er dich getötet? You aren't friendly, man. What's up, guy? Why you can't squeak? Wenn der Russisch spricht, dann könnte er auch so gehen, wo der gar nichts sagt. Ja, ich hab leider keine Waffe. Er sagt gar nichts. Ja, ja, der davor hat auch gar nichts gesagt. Und irgendwann, ganz später, hat er dann irgendwas auf Russisch geredet und immer so, bliert, bliert, bliert. Wenn ich wenigstens ein paar Patronen gefunden hätte, weil einen Revolver hab ich hier und ne Amphibie auch. Ich wusste so, dass er da drinnen steht. Ich lauf jetzt einfach weg. Vielleicht lauf denn hier hinterher. Vielleicht hab ich was zu sehen. Ich lauf jetzt nach Krasnostav runter. Der hatte nämlich jetzt die M4 gerade. Ja gut, scheiße. Ja, verkackt. So gefreut, wie wir uns davor haben, so viel haben wir jetzt wieder verloren. Lustig. Gehört dazu. Ja, im Prinzip ist ja gerade das Looten und neue Sachen finden wieder geil, aber es gibt halt leider noch einfach zu wenig Sachen, um es sagen zu können. Oh, voll geil gelootet gerade. Der sitzt im Gefängnis drin. Ich dachte mir schon, wo die Tür zu ist. Da sitzt jetzt 100, wo einer drin war, das andere war ja schon gelootet. Ja. Mach ich auf, schau kurz, ich sehe ihn schon und gehe um die Ecke und der hat mich, ich hab noch Hit gepressen, obwohl ich um die Ecke gegangen bin, ey. Lol. Ich hab nicht geblootet. Ja, ich auch. Auch bei dem ersten Mosin-Schuss hab ich auch nicht geblootet. Mein Hunting-Backpack ist jetzt ruined und mein T-Shirt. Ja, was für Dioten, ey. Einfach. Ja, da bräuchtest du nur eine Mosin und einen Freshspawn, der mit der Mosin schaut rein und gibt ihn direkt. Der hat dich so Bock. Der eine muss nur Tür aufmachen, weißt? Du brauchst nicht mal, du brauchst nicht mal eine Long-Range-Waffe. Der sitzt direkt um die Ecke. Den würde ich jetzt so gern geben. Ja, ich check mal die Police Station in der neuen alten Stadt ab. Da scheint auch noch nicht gelootet zu sein. Doch. Ach, verdammt, Türen sind schon offen. Papier. Ein Magazin für die FLX. Sehr gut. Ich loot die einfach schon weiter. Es ist egal, wer da in der Nähe ist. Wurscht, wenn ich draufgehe, hab ich eh nichts verloren. Hä? Jetzt hab ich eh irgendwas. Jetzt hab ich eh in D-Sync. Ja, ich kann die Tür nicht aufmachen. Ja, shit. Egal. Neu-Equipen. Mal wieder. Yes, nee. Ich hab hier grad krass ein Team. Ich hab ne Map gefunden. Vorn. Map of Southwest Generals. Badly Damaged. Alter, diese scheiß Gewitter. Mich reißt die ganze Zeit. Ja, mich auch. Jedes Mal, wenn's donnert. Zum Glück sieht man's nicht in der Mausbewegung. Alter, ich hab ne Mosin. Aber ohne Muni. Und ein Baisy. Halt, was liegt da? Da lag's doch was. Was liegt denn hier? SKS Muni. Na super. Naja, jetzt hab ich wenigstens schon mal SKS Muni. Und hoffe jetzt einfach nur noch auf eine SKS. Was ich ja nicht glaube. Eher noch Mosin Munition oder so. Aber dann geh ich jetzt halt in die neue, neue Stadt. Aber die haben's mal krass abgekämt, ey. Aber das ist immer das du... Weißt du, die waren die ganze Zeit schon zu dritt. Die waren die ganze Zeit zu dritt. Aber ganz ehrlich, das war doch auch schon das... Bei uns schon in der Mod. Wir waren einfach immer zu ungeduldig. Und sind dadurch dann durchgehend gestorben. Ja, ich hab dir auch gesagt, du musst mir zuhören. Wenn ich zu dir sag, geh nicht runter, dann geh vielleicht nicht so weit runter. Du warst viel zu weit unten. Ja. Wie recht er einfach hat. Das ist halt einfach echt so. Ja. Aber ich bin immer, ich weiß nicht, zu ungeduldig einfach. Du hättest die looten lassen müssen. Ja. Die werden schon runtergegangen, aber... Ja. Kann man jetzt auch nichts machen. Weil dann wären wir nämlich da in der Wiese gelegen. Naja, wir wären dann im Vorteil gewesen, weil die unten gewesen wären. Ja, wahrscheinlich wären auch nicht alle runtergegangen. Wären wahrscheinlich einer runtergegangen oder zwei. Ich glaube, die sind von hinten aus dem Wald gekommen. Nee, 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 nee. Die müssen da gewesen sein und dann da gespawnt sein. Ganz ehrlich, vielleicht sind es auch Serverhopper. Nee, glaube ich nicht. Meinst nicht? Ja, oder? Aber davor war ja niemand... Ja, aber davor war ja niemand wirklich gar niemand. Ja, aber schau mal, es können eigentlich nur diese... Warte mal. Diese NW... NRWP könnten es gewesen sein. Oder... Ich weiß aber nicht, ob die vorhin schon drauf waren. Oder diese BBCs, die waren auf jeden Fall vorhin drauf. Aber es sind nur zwei. Es ist auf jeden Fall niemand mit dem russischen Namen. Aber die NRWP... Äh, NRWP könnten es gewesen sein, weil die halt... Ja, zu dritt sind. Und jetzt habe ich wenigstens Munition für meinen Revolver. So, aber was sagt die Map hier? Die Map sagt, ich kann sie nicht aufnehmen, verdammt. Alter, bei mir ist halt alles ein bisschen schwarz-weiß. Ich sollte jetzt einfach was zum Essen finden. Also... Ich habe zumindest schon mal eine Axt und eine Mosin-Munition. Oh, was haben wir denn hier schönes? Ein Sewing-Kit, Christine. Ja, das habe ich auch schon gefunden, Mainz. Ja, stimmt, ich bin nicht schon mal. Nein, man kann natürlich nicht so ein Backpack fixen. Soaked, hungry, total im Arsch. T-Shirt verrissen. Sieht doch schon fast selber aus wie so ein Zombie, ey. Ja. Zieh mir jetzt mal Handschuhe ein und so ein geiles rotes Jackert-Top-Tool. Aber ich habe schon Ballistik-Helmet. Was? Ja, ich habe ja vorhin das erste Airstrip gelootet. Achso. Fast sogar ganz. Ich bin auch jetzt am Airstrip. Wie komme ich denn von hier jetzt zur neuen Stadt eigentlich? Ich glaube, ich muss nur der Straße folgen, oder? Ja, ich glaube schon. Den Eisenbahnschienen, wenn du folgst, da geht es durch die ganzen neuen Städten. Black Hoodie, geil. Beer into Rags. Solltest du auch machen, Rossumstil auch weiß. Ja, ich habe noch mein T-Shirt. Das geht noch. Geht noch klar, okay. Ja. Ich folge jetzt einfach mal dieser Vaterstraße. Gut ist, dass ich auch ein Backpack und alles schon habe. Ja, das habe ich alles überhaupt nicht. Auch wenn das schon gegründet ist. Wieso hat man eigentlich einfach so viel Pech, ey? Wir haben immer so viel Pech in Daisy, das ist so scheiße. Nein, jetzt kommt ein Zombie. So, hier ist eine Scheune. Wieso denn? Pech ist doch ganz lustig, gehört dazu. Ja, ich bin... Oder, nee, mal gewinnen wir nicht und manchmal haben wir halt einen Bug. Ja, oder manchmal verlieren wir halt und manchmal gewinnen halt die anderen. Genau. Kommt auch vor. Aber das ist immer situationsabhängig. Meistens gewinnen dann doch die anderen. So, ich frage mich, wie weit es noch zur neuen Stadt ist eigentlich. Ich glaube, ich könnte mal eine Aufnahme Pause machen. Ich habe jetzt schon wieder einen Rudi und alles am Start. So langsam kann es wieder abgehen, Alter. Ich brauche halt eine Waffe. Also außer meinem Revolver. Jetzt habe ich das erste Mal diese Scheiß-Amphibie und das Scheiß-Magazin. Und dann schieße ich so eine ab, ey. Naja, ich beende hier mal die Aufnahme und wir sehen uns wieder, wenn wir in der neuen Stadt sind.